Willkommen für Just Doing TV, Zusammenarbeit mit EHC Biel. Wir sind jetzt im Fanschup vom EHC Biel bei Conte Shop und man muss sagen, obwohl unsere Spieler nicht mehr so viel E-Socke spielen können und nicht vor den Zuschauern, gibt es doch immer noch Möglichkeit, dass wir Fähnen können. Sie sehen ja jetzt etwas Neues, das sie noch nicht kennen und Lara will mit uns die beste Werbung machen, die ganzen Fanschups. Malheureusement, es ist ein bisschen ralenti von dieser Situation. Wie ihr seht, es ist sehr gut, nicht wahr? Sie fährt aus der Panoplie des 20-80s, die wir haben. Das Geschäft wurde ein wenig reduziert, kann man so sagen. Trotzdem gibt es ein paar Neuheiten. Du kannst nur einen Werbenspot machen. Was ist passiert? Was haben wir hier? Wir haben vor allem neue Hoodies. Das wären der hier und dann die drei hier hinten. Das sind gerade unsere Neuheiten momentan. Was auch noch neu ist, ist das T-Shirt und jetzt noch ein paar Caps und ein paar Mützen. Das T-Shirt, das wäre so eine, das sieht echt cool aus. Genau, der Hoodie. Und das wäre dann auch das T-Shirt. Das T-Shirt hier, ja, genau. Hallo, Hoodie. Das ist eine ganze Kollektion, die sehr präsentiert von den Fans. Wir haben ja Fans, die seit X Jahren verfolgen. Gibt es diese Artikel, die Sie immer im Sortiment haben seit X Jahren? Haben Sie diese kleine Artikel von Fans, die schon seit Jahren existiert? Was wir immer etwas haben, sind vor allem auch Jacken und Bullen. Es gibt immer wieder neue Kollektionen, wo es natürlich nicht langweilig wird. Aber es gibt immer so etwas in diesem Design. Also, das sind normale Pullen oder einfach normale Jacken. Das sind die Jacken, die immer im Sortiment sind, die durch die Fans sind. Ich frage die Frage, gibt es auch Fans, die euch sagen, was sie wollen? Also, was für ein anderes? Ja, es hat es schon gegeben, dass wir z.B. den Aufnäher haben. Der Runde oder den Viereggen oder so. Das haben wir eben leider. Bei Bio hat es das nicht. Und das gibt es ja bei anderen Clubs. Das heisst, dass sie von dort sehen. Und das haben wir leider nicht. Das heisst, sie haben schon manchmal gesagt, dass wir das haben. Okay, d'accord. Ja, ja. Also, wie gesagt, die Armoire des H.T.B. auf der Form von B1, B1, B1. Ja, das ist der Macaron, den Club des H.T.B. nicht. Aber es gibt noch eine andere Sache. Eine Seile. Das heisst, was ist das Cluster, die wir hier haben? Ich frage mich doch nicht. Ja. Das sind nicht die Jacken, die wir eigentlich haben. Richtig. Gross. Und das ist für XXL. Genau. Richtig. Also, es gibt es für alle. Also, keine Ahnung, wenn ihr sehr kostet, es gibt auch alles, was ihr braucht. Aber die Fein, die kommen. Das ist mein Anfang der Fein. Und die haben wir nicht vergessen. Wenn wir sein Fein, können wir sein Fein der 1.1. Für die Reise. Für die Reise. Es gibt auch schon etwas für euch. Ein weiteres Artikel. Genau. Wir haben hier Potis. Für die Neugeborene. Würde es noch im Blau geben. Gibt es leider momentan nicht mehr. Aber es gibt es männlich und weiblich. Und was es gerade neu noch gibt, wäre die Babydeche. Das ist auch etwas sehr Praktisches. Es gibt Warm. Ingen schon noch eine Beschriftung. Und da kann man so gar nichts falsch machen. Voilà, effektiv. Also, wenn ihr ein kleiner Junge oder ein kleiner Junge oder ein kleiner Junge, weil das Blut auch für dieses Element hier gibt, oder die kleine Coverture, n'hésitez nicht. Also, Lara, du bist auf der Bielkau. Genau. Also, ich bin fan der Bielkau. C'est normal, die Studierenden, wo ist es richtig? Ja, falsch. Ja, falsch. Okay. Also, ich bin ein bisschen zu tun. In dem Fall, ich möchte mich ein bisschen empfehlen, dass es mit diesem, keine Casquette, oder n'importe was. Das war hier für Just Dream TV. Das war hier für Just Dream TV. Das war hier für Just Dream TV. Ich bin sehr froh. 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 Okay. Okay. Und grade der Bielkau.